Hallo! Viele Menschen wissen sehr wenig über sie und fürchten sie doch – oder gerade deshalb – außerordentlich. Spinnen In diesem Video wollen wir uns den Bau von Spinnentieren am Beispiel einer sogenannten echten Spinne etwas genauer ansehen. Dabei gehen wir unter anderem auf die Merkmale Äußere Verdauung, Röhrenherz und Tracheen ein. Wenn du Spinnen erstmal genauer kennst, verlieren sie vielleicht einen großen Teil ihres Schreckens. Webspinnen sind jene Spinnenarten, die über Spinnwarzen verfügen und auf diese Weise Spinnfäden produzieren können. Sie werden auch als echte Spinnen bezeichnet. Die Kreuzspinne zählt zum Beispiel dazu. Zur Tierklasse der Spinnentiere zählen aber neben den echten Spinnen unter anderem auch Weber. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com